Ich dachte auch, das sind alles Spinner. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin dein Host. Ja, heute habe ich dir ein extrem spannendes Thema, für mich auf jeden Fall spannendes, wichtiges Thema mitgebracht, das Thema Biohacking. Und ich darf dir verraten, ich war auch mehr als skeptisch. Mir ist dieser Begriff, glaube ich, schon vor ein, zwei Jahren untergekommen und ich dachte, naja, komm, Biohacking, was soll das sein? Das sind bestimmt Spinner, eine Sekte, die haben bestimmt eine Meise. Ja, und vor gar nicht so langer Zeit, da stand mir eine Flugreise nach Dubai bevor und ich liebe dann ja doch immer mal ein bisschen diese App Audible und bin da so ein bisschen durch die Suchfunktion und wenn du mich schon länger kennst und verfolgst vielleicht auch auf Instagram, dann weißt du, dass das Thema Gesundheit, Körper, Ernährung mir sehr wichtig ist, schon seit mehr als 20, 30 Jahren. Und dann vielmehr das Audible-Hörbuch Optimiere dich selbst von Max Gotzler in die Hand, beziehungsweise vielmehr in meine Audible-App. Und ich dachte irgendwie, Selbstoptimierung, ja, hörst du dir mal an, hast eine lange Flugreise nach Dubai vor dir und lädst du dir einfach mal runter. Das Ganze unter der Prämisse Biohacking. Und was ich da immer wieder festgestellt habe ist, man bildet sich halt so schnell irgendwie ein Urteil von Sachen, von denen man vielleicht gar keine Ahnung hat, wofür das Ganze steht. Und ich bin da so ein bisschen eingetaucht und darf dir verraten, es hat nichts mit Spinnerei zu tun, sondern es ist ein Begriff, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der ist nicht geschützt. Und das ist ja immer etwas, genauso wie Schönheitschirurgie übrigens, das ist kein geschützter Begriff. Das hat ja immer ein bisschen was von spooky, oder? Also das ist etwas, ich möchte schon so ein bisschen wissen, worum es genau geht. Und letztendlich darf ich dich einladen, in ein Thema einzutauchen, was wahrscheinlich uns alle angeht. Dich genauso wie mich, weil das Leben wird immer chaotischer. Für mich jedenfalls. Je älter ich werde, das Leben verändert sich, die Menschen verändern sich, unser Alltag wird immer schnelllebiger. Ich finde auch chaotischer. Und da ist es einfach, ja, wir müssen permanent erreichbar sein, haben täglich neue Herausforderungen. Und manchmal habe ich selber das Gefühl, ich habe zwei Probleme gelöst und kriege gleich vier neue serviert. Und das ist ja doch etwas, was einen manchmal überfordert, extrem stresst. Vielleicht neigst du auch zu Stimmungsschwankungen. Und da ist es ja doch eine extreme tägliche Herausforderung, Körper und Geist wieder so in Balance zu bringen, dass wir unseren Stress, unseren Frust nicht an unseren Liebsten auslassen oder uns selber irgendwie, ja, quasi in Anführungszeichen so zerstören, dass, ja, wir darunter so leiden. Und was ich halt cool finde, ist, wenn Menschen halt tatsächlich auch mal ehrlich darüber reden. Viele tun das ja nicht, fressen das lieber in sich rein. Und dieses Biohacking, ich habe mir dann dieses Hörbuch auf dem Flug angehört und das hat mich schon so ein bisschen besänftigt, dass es halt wirklich, es geht um Selbstoptimierung. Und Selbstoptimierung hat vielleicht auch irgendwie wieder so einen Beigeschmack. Es geht einfach darum, etwas für dich selbst zu tun. Und du darfst etwas für dich selber tun. Ich darf etwas für mich selber tun. Und wir müssen das sogar, weil beim Biohacking geht es im Prinzip darum, dass es unheimlich viele zahlreiche Hacks sind, also Tipps und Tricks, die dich besser schlafen lassen, dass du dich wohler fühlst, dass du gesünder isst, dass du aber auch fokussierter bist. Und wichtig ist halt am Ende, dass wir einfach wieder zufriedener sind, zufriedener mit uns selbst, mit unserem Körper, unserem Leben und da, wo wir gerade stehen. Ich bin letztendlich nicht so ein Typ, der Studien auseinander nimmt, ja, irgendwie Fallstudien und das Ganze gegeneinander aufwiegt, auch in meiner Zahnarztpraxis, auch wenn ich da für dich irgendwie Videos aufnehme, um irgendwie das und das, was ist besser. Auf meinen ganzen sozialen Plattformen geht es einfach um Erfahrungen. Erfahrungen, die ich mit meinen Patienten gesammelt habe aus meinen Behandlungsschritten und Erfahrungen, die ich für mich selber als Zahnarzt, aber auch vor allen Dingen als Mensch erfahren habe, wie ich etwas finde. Und das möchte ich hier halt auch auf diesem Podcast mit dir teilen. Nein, das sind Erfahrungswerte, die ich persönlich gemacht habe und genauso wie ich immer irgendwelche neuen Behandlungsschritte erst mal ausprobiere, auch mit Menschen, mit Patienten, die ich darüber aufkläre, bevor ich es öffentlich halt so mache, dass ich es jedem anbiete. Ich möchte erst mal wissen, wie fühlt sich das für mich selber an. Und wie gesagt, ich bin da eingestiegen, Biohacking, und das sind meistens sogar Jungs, die das wirklich schriftlich fixieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich nicht. Ich sage jetzt nicht zum Beispiel, ich mache ein Foto von meinem Körper, gehe auf die Waage, dann lebe ich acht Wochen, die Keto.de zum Beispiel, und dann gehe ich meine ganzen Körperwerte durch und gucke, was hat sich verändert, was ist besser geworden, was ist schlechter geworden. Weil das ist letztendlich wirklich das Ganze so runterzubrechen beim Biohacking, dass du sagst, ich habe einen Ausgangswert, ich verändere etwas und gucke dann tatsächlich schwarz auf weiß, was hat sich verändert. Das ist nicht meine Herangehensweise. Das kannst du gerne tun. Ich möchte dir nur sagen, dass ich das halt anders mache, sondern ich gucke einfach einmal aus der rein emotionalen Ebene, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt meinen Schlaf verbessern. Das ist immer wieder meine Herausforderung, dass ich mein Gehirn so leer kriege, dass ich nicht auf jeden Gedanken aufspringe und nachts nie schlafen kann. Dass ich einfach wirklich gucke, wie fühlt sich das für mich an? Schlafe ich am Ende des Tages besser, ja oder nein? Weil es stellt sich ja auch immer wieder raus, ich weiß nicht, ob du vielleicht den Ora-Ring kennst oder ich glaube, bei der Apple Watch, die habe ich jetzt nicht, kann man das auch, den Schlaf tracken. Ich habe eher das Whoop-Band, das finde ich mega nice. Das trage ich seit über einem Jahr, wo du halt auch deinen Schlaf tracken kannst und gucken kannst, wie fühle ich mich, aber das Ganze halt im gesamten Kontext des 24-Stunden-Ablaufs. Was hast du an Stress gehabt, was hast du an Sport gemacht und wie fühlst du dich am Ende? Das heißt also, das ist etwas, was mega spannend ist und vielleicht ist das ja auch was für dich, da einfach mal zu gucken, welcher Biohack bringt dich in den besseren Schlaf, lässt dich einfach dich wieder fitter und fokussierter durch deinen Alltag einfach leben und erleben. Und das ist etwas, was ich jetzt letztendlich ganz kurz mit dir teilen möchte. Drei wichtige Hacks, die mich auf jeden Fall nach vorne gebracht haben. Ein ganz wichtiger Hack, das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren, ist quasi die innere Dusche. Dieser Begriff, den habe ich vor ein paar Jahren von Slatko Sterzenbach gehört. Das ist ein Triathlet, der sich auch viel um Fokus und Ausgeglichenheit im Alltag beschäftigt und da auch Fortbildungen gibt, dass du einfach leistungsfähiger wirst in deinem Beruf, ohne dich selbst zu verlieren. Und diese innere Dusche heißt letztendlich, dass du morgens direkt nach dem Aufstehen erst mal zwei große, stille Wassergläser trinkst, weil viele von uns unterschätzen das immer noch, wie wir nachts einfach dehydrieren. Und ich trinke morgens auch und liebe das auch, diesen Kaffeegeschmack, trinke dann meinen Kaffee, um erst mal wach zu werden, aber trinke dann auch viel Flüssigkeit, um das, was ich über Nacht einfach verloren habe, ausgeschwitzt habe, auszugleichen. Und das ist die innere Dusche. Und ich lege dir nahe, das einfach mal auszuprobieren, weil du wirst einfach schneller morgens fit, du hast keine Kopfschmerzen, du gleichst gleich so ein bisschen den Kaffee aus und genauso wie deine normale tägliche Dusche ist das die innere Dusche, die dein ganzes System, wir bestehen hauptsächlich aus Wasser und diese Wasserreservoirs einfach wieder auffüllt. Und zum Beispiel bei meinen Patienten merke ich das extrem an der Speichelqualität, weil je mehr stilles Wasser und am besten Raumtemperatur, ich weiß, das ist nicht sexy, aber es ist gesund und das musst du im Körper einfach und im Kopf verschalten, dass du etwas Gesundes tust, was nicht immer schmeckt, aber du kannst es dir echt brutalst angewöhnen. Es geht so schnell, dass du einfach neben der Kaffeemaschine schon zwei Gläser stehen hast, die du dann einfach mit stillem Wasser füllst und dann trinkst du das entweder nacheinander oder im Wechsel, da fühl dich völlig frei. Aber dass auch die Speichelqualität dünnflüssiger ist, weil dann tust du auch was für deine Zahn- und Mundgesundheit, weil dieser dünn fließende Speichel einfach deine Zähne viel besser vor Karie schützt, weil es deine Zähne einfach wesentlich besser umspülen kann. Dann ist ein weiterer Hack, den ich letztendlich auch schon seit ein paar Jahren mache, ich habe keinen Fernseher am Schlafzimmer, ich habe kein Handy in meinem Schlafzimmer und ich schlafe ganz, ganz dunkel. Das ist etwas, was extrem wichtig ist, wenn du einen tiefen, ruhigen Schlaf einfach haben möchtest, dass du wirklich diese ganzen Elektro-Smog-Geräte aus deinem Schlafzimmer verbannst. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den habe ich jetzt tatsächlich auch erst seit ein paar Wochen wirklich extrem bei mir implementiert. Das sind Blue-Blocker-Brillen. Auch auf Marc Gottschleid zurückzuführen, dass ich mir wirklich nochmal bewusst gemacht habe, auch ich arbeite abends noch am Laptop, zum Beispiel auch, um Content zu produzieren und habe mir jetzt wirklich zwei Blue-Blocker-Brillen gekauft. Die sind, die kosten unter 100 Euro. Das ist etwas, was du gut investieren kannst. Ich habe sie tatsächlich auch mit diesem Orange-Filter, so dass man wirklich ein bisschen pleppo aussieht. Aber ich denke mal, zu Hause in deiner Familie sollte das kein Problem sein, dass du wirklich dieses Blaulicht aus diesen Elektrogeräten so rausfiltern kannst. Ich gucke sogar damit Fernsehen, dass ich einfach schneller von diesem Licht runterkomme, mein Melatonin einfach positiv beeinflusst wird, das Schlafhormon, dass du besser und tiefer einfach schlafen kannst. Weil wie gesagt, das ist etwas, woran ich gerade extrem arbeite, ist einmal den Schlaf zu optimieren. Einfach, dass wir auch immer zur selben Zeit versuchen zu schlafen und am besten auch zur selben Zeit aufstehen, weil dann auch dein Körper, dein Biorhythmus, auch das ist echt extrem spannend, wenn man sich da letztendlich mit beschäftigt, wann was am sinnvollsten einfach für deinen Körper ist, weil das einfach die Natur deines menschlichen Körpers ist. Und gleichzeitig beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit dem Thema Atmung, aber das würde jetzt zu weit führen, wie du einfach deine Atemmuskulatur stärken kannst, besser Sauerstoff aufnehmen kannst, weil das ist einfach was, was deinem Körper dann manchmal, wenn wir einfach zu viel Stress haben, im Gehirn letztendlich fehlt, dass du mit Durchatemtechniken letztendlich dich wieder einfach fitter, wacher und fokussierter einfach in deinem Alltag fühlen kannst. Um Gottes Willen. Das ist ein echt spannendes Thema. Und ja, wenn dir das gefällt und du da einfach mehr Hacks von mir haben möchtest, was ich selber für mich einfach so versuche zu optimieren, um meinen Praxisalltag mit täglich, ja, alle 10 Minuten, 5 Minuten, neuen Herausforderungen konfrontiert, einfach bessere, schnellere Lösungen auch für mich, aber natürlich auch für dich als mein Patient, einfach leisten kann. Ist das etwas, wo ich es extrem spannend finde, sich mit dieser Selbstoptimierung einfach auseinanderzusetzen. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, fühl dich frei, teil das gerne mit Family & Friends, damit mehr Menschen davon profitieren können. Und ich freue mich natürlich auch extrem über eine Rezension, beziehungsweise schick mir mal gerne auf Instagram ein Foto, wie du diese Podcast-Folge gerade hörst, wo du sie hörst, wie du sie hörst und schreib mir gerne auch auf Instagram ein Feedback. Würde ich mich extrem freuen. Es pusht mich einfach, hier auch mein Wissen mit dir teilen zu können. Ja, deswegen, bleib bitte gesund. Ich danke dir für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir am Mittwoch uns zur nächsten Folge wiederhören. Bleib gesund! Ciao!